Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ich hoffe es geht euch natürlich blendend und vielleicht sorgt dieses Video ja dazu, dass es euch noch blendender geht, vielleicht allein durch meine Präsenz, vielleicht aber auch alleine dadurch, dass wir nämlich jetzt den Patch 10.23 haben, beziehungsweise 23, was bedeutet, ja Leute, die alte Season ist jetzt vorbei. Wenn ihr jetzt also nicht Gold erreicht habt, Platin erreicht habt oder eure Wunsche Elo, das Thema ist gegessen Leute, da könnt ihr nichts mehr dran ändern, das heißt auch die Season Rewards, das ist diese Season Lucian, Victorious Lucian, es gibt verschiedene Farben an Chromas, das heißt, wenn ihr Platin erreicht habt, kriegt ihr so einen grünen, türkisen, wenn ihr Challenger seid, kriegt ihr so einen goldenen und so weiter. Ja, das bedeutet auch, dass morgen die neue Preseason anfängt, beziehungsweise der ganze Patch dafür kommt, die neuen Items und das Ganze und das besprechen wir heute. Das heißt, die großen Änderungen, die wir haben, sind erstmal, es gibt jetzt Legendary Items, Legendary Items sind im Prinzip die Items, die wir so kennen, die voll ausgebaut sind. Das heißt, wenn du deinen Last Whisper voll ausbaust, ist das ein Legendary Item, wenn du Sterex ausbaust, wenn du Randoins ausbaust, wenn du gefrorenes Herz ausbaust, diese ganzen fertigen Items für 3000 und was Gold oder 2800 oder was weiß ich, sind Legendary Items. Ja, einfach nur, das ist wichtig zu wissen, weil da kommen wir gleich zu. Dann haben wir Mythic Items. Mythic Items sind im Prinzip Core Items. Du kannst insgesamt nur ein Mythic Item haben und du hast pro Klasse, sagen wir mal, eine grobe Auswahl von vier Mythic Items. Das heißt, du hast als Articary die Möglichkeit zu sagen, hey, möchte ich lieber eine Sache, die mich ein bisschen mobiler macht, möchte ich ein Mythic haben, wo ich übel viel Damage mache, möchte ich ein Mythic haben, wo ich ein bisschen mehr überlebe. Das heißt, du kannst sagen, okay, die Gegner haben viele Assassinen, ich nehme jetzt dieses Mythic. Musst dich dann aber auch für dieses entscheiden und kannst nicht noch weitere andere kaufen. Um dieses Mythic, bauen sich dann auch die ganzen, die ganzen, ich suche mal eins raus hier unten, hier haben wir, ist das wichtig, bauen sich dann auch die Legendary Items tatsächlich. Das heißt, wir haben hier Gale Force, ist ein Mobility Mythic und hier haben wir die Passive, die hat jedes, ein, äh, jedes Mythic hat ein anderes Passive. Alle Legendary Items, die du hast, geben dir 3% Movement Speed zusätzlich pro Item. Baust du Infinity Edge 3%, baust du Sterak nochmal 3%, baust du dies nochmal 3%, das heißt, hier muss man sich also entscheiden, hey, welches Item möchte ich haben und welche Passive vor allem möchte ich haben. Zum Beispiel beim Kraken Slayer, der Anti-Tank, haben wir 10% Attack Speed pro Mythic. Beim Immortal Shield Blau haben wir 5 Attack Damage und 50 Health. Das heißt, hier muss man so ein bisschen schauen, es ist im Prinzip wie bei den Magiern, wo du sagst, hey, will ich Ludens haben für Wave Clear und Burst, will ich Theraf Stab oder Theraf Stab für super viel AP und ein bisschen Schild bzw. Tankiness oder will ich vielleicht doch auch den Hextech Einfrierer für ein bisschen CC haben, ne, und so ist das jetzt hier im Prinzip. Und das gibt's für jede Klasse, wie gesagt, oder jede Rolle ungefähr 3, 4 Stück. Ja, die werde ich euch allerdings nicht erklären, meine Freunde, denn dazu habe ich A schon mal ein Video gemacht und dieses Video würde komplett gesprengt werden und über eine Stunde gehen und das würde sich einfach niemand angucken. Und deswegen überskippen wir das Ganze, das ist euch überlassen, das herauszufinden, macht ja bestimmt auch ganz viel Spaß. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass diese Items richtig crazy sind. Beim Draktar Blade zum Beispiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird man zwischendurch wieder unsichtbar oder der Draktar Blade wird refreshed oder so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Items noch wieder geändert haben auf dem PB. Auf jeden Fall sind die jetzt richtig, richtig cool. Außerdem, wie wir sehen können, sind die Item-Bilder richtig, richtig cool. Leandrius Anguish, Leute, böllert richtig rein. Hier haben wir zum Beispiel auch die Wahl, will ich Burst haben oder will ich Overtime Damage haben? Und hier haben wir somit auch verschiedene Items oder Everfrost, um zu CC'n. Hextech Protobelt und bla, bla, bla. Trinity Force sieht auch cool aus tatsächlich. So, dann skippen wir mal, hier ist auf jeden Fall massivste Änderung. So, Ability Aced und deswegen guckt ihr dieses Video. Denn jetzt fragt ihr euch, Tobi, hä, Ability Aced, da habe ich schon mal von gehört oder habe ich gar nicht von gehört oder selbst wenn ich davon gehört habe, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ability Aced ersetzt Cooldown Reduction. Cooldown Reduction funktioniert ja so, wir nehmen ein Fallbeispiel, wir haben einen Spell, der hat 100 Sekunden Cooldown. Du kaufst 1% Cooldown Reduction und er hat 99, also es wird eine Sekunde runtergenommen. Du kaufst 30% und es werden 30 Sekunden runtergenommen, du hast noch 70 Sekunden. Das heißt, du könntest rein theoretisch, wenn wir das einfach mal so durchspielen, 100% Cooldown Reduction kaufen und dann könntest du den Spell immer casten. Unendlich oft, weil er keinen Cooldown mehr hat. Und deswegen hat man natürlich hier ein Cap eingefügt von 40%, damit das nicht unfair wird. Das Ganze ist allerdings ein bisschen doof und das merkt man auch aktuell jetzt schon, weil manchmal hat man noch ein bisschen CDA hier, ein bisschen CDA da und dann kommst du auf 30% und willst vielleicht noch, sagen wir einfach mal, einen Black Cleaver bauen. Ja, wenn du jetzt einen Black Cleaver baust, dann gehen aber 10% flöten, weil du nur noch 10% haben kannst, 30 bis 40. Na ja, und du hast diese Rune vielleicht nicht dabei und das ist halt scheiße. Willst du es bauen, willst du es nicht bauen, geht das flöten und so hat man manchmal eine richtig schlechte Itemization. Ja, man kann nicht alles das machen, was man vielleicht gerne machen würde und ist ein bisschen festgefahren in dem Ganzen. Ability Haste macht folgendes. Ability Haste ist im Prinzip, also das ersetzt Cooldown Reduction komplett. Cooldown Reduction weg, Ability Haste rein. Nein, Ability Haste ist Attack Speed für Caster, für zum Zaubern. Im Prinzip geht hier nicht der Cooldown runter, sondern ihr zaubert schneller, sagen wir erstmal. Das heißt, für ein Ability Haste castet ihr 1% schneller. Wenn ihr also 100 Ability Haste habt, castet ihr 100% schneller. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Sekunden sind immer noch die gleichen. Ihr habt 10 Sekunden Cooldown oder 100 Sekunden Cooldown, aber die einzelne Sekunde tickt 100% schneller runter. Ja, ist ein bisschen weird, aber ihr werdet gleich sehen, warum das so ist. Je mehr Ability Haste ihr habt, umso schneller geht eine Sekunde weg. Das heißt, bei 100% Ability Haste, castet ihr 100% schneller und könnt quasi den Zauber, wenn ich mich jetzt nicht komplett, niemals Mathe in einem Video machen. Jetzt komme ich hier, ne, ich mach das jetzt nicht, Leute. Mathe macht man nicht in einem Video. Das lassen wir, das ist rausgekattet. So, also, ihr zaubert schneller. Wenn ihr also 200 Ability Haste habt, denn das Ganze hat kein Cap, ja, es gibt kein Cap, dann castet ihr 200% schneller. Ihr könnt 500 Ability Haste haben, vielleicht rein theoretisch, spielen wir einfach mal durch, dann castet ihr 500% schneller. Aber diese Sekunde geht 500% schneller runter, aber ist nie bei 0. Und das ist das Wichtige. Sie wird nie bei 0 sein. Ihr werdet niemals 0 Cooldown haben. Und das ist der Unterschied. Das heißt, ihr könnt hier wichtig sagen, cool, ich kaufe mir das Item, hier ist Ability Haste drauf, ich kaufe mir das. Auf den Mythics ist nämlich auch Ability Haste pro Legendary drauf und da hätte man richtig viele Probleme, wenn man auf einmal hier noch CDR bekommt und da noch CDR und ja, jetzt kann ich das Item nicht mehr kaufen und da ist nochmal Ability Haste. Und so hat man einfach richtig schön viel Varianz und kann viel damit machen. So, Vampireffekte. Bei Lifesteal ist es so, dass es jetzt auch von Onnit-Effekten profitiert. Physical Vamp ist jetzt auch für Spells. Das heißt, wenn ihr ein Talon seid und ihr macht, also vorher war das ja nur bei Death Stands, wenn ihr ein Talon seid und ihr macht Ultimate, dann heilt euch das, wenn ihr Physical Vamp habt. Wenn ihr ein, keine Ahnung wer seid, dann ein Set und ihr macht eine Cue, dann heilt euch das Ganze. So, Critical Strike. Critical Strike wird auch verändert und zwar hat jedes Item jetzt nicht mehr 25% Crit, so wie es jetzt ist bei Infinity Edge, sondern 20%. Das heißt, um auf 100% zu kommen, bräuchtet ihr 5 Items. Außerdem wird der Base Critical Strike Damage von 200% auf 175% reduziert. Das heißt, ein Crit macht nicht mehr den doppelten Schaden, sondern den 1,75-fachen. Ha, Mathe. So, nein. Warum ist das? Das ist natürlich ein Nerf und warum ist das so? Das ist deswegen, weil man sagt, hey, wenn man jemandem etwas geben möchte, dann muss man zuerst etwas wegnehmen. Ja, wir haben einen 100% gebalanceten Champion, sagen wir einfach. Und wenn wir ihm jetzt was geben würden, dann wäre er im Balance. Das heißt, wir nehmen ihm jetzt Crit weg und geben ihm richtig coole Item-Effekte. Denn wir haben ja jetzt auf den Mythic Items richtig geile Item-Effekte und wir haben auch auf allen anderen Items richtig coole Effekte. Das heißt zum Beispiel, da ist ein Item-Effekt, backe dir einen Zauberhut, mach dir eine richtig geile Lasagne. Und da sind richtig coole Effekte drauf und da muss quasi ein bisschen Balance her. Deswegen hier der Nerf. Es gibt neue Legendary Items, tausend haufenweise, das müsst ihr einfach mal alles rausfinden. Das ist einfach viel zu viel und die alten Items wurden, abgesehen, dass die alle neue Bilder bekommen haben, wurden auch alle geupdatet. Es gibt ein paar Bilder hier, Black Cleaver, Leute. Wo ist das neue Bild? Wo ist das neue Bild? Das sieht doch total veraltet aus. Ravenous Hydra, Titanic, Leute. Leute, 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 Leute. Also da hätte man ja wohl was machen können, oder nicht? Gut, wir skippen durch, wir skippen durch, wir skippen durch, wir skippen durch. Das ist alles viel zu viel. Wo wir hinkommen, sind die Item-Änderungen. Natürlich, dadurch, dass Crit verändert wird, werden hier so ein paar Änderungen gemacht. Die sind, da müssen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen oder sagen, wow, hier heftiger Buff oder heftiger Crit. Das sind quasi Changes, um die Item-Änderungen auszugleichen. Ja, Crit wird verändert und dadurch wird hier jetzt was geändert. Deswegen überskippen wir das einfach. Interessant bei Yon und Yasuo ist aber, dass sie jetzt über 100% Crit gehen können. Das heißt, wenn sie über 100% Crit gehen, wird der restliche Crit in AD umgewandelt. Das ist nett. Akali, weil sie kein Gunblade mehr, ja, Gunblade wird entfernt, bauen kann, braucht auch weniger Energie auf ihrer Q. Katharina hat auch kein Gunblade mehr und keine Quelle, ein AD-AP-Item zu kaufen. Ja, Gunblade hat ja AD und AP und da gibt es kein Mythic, so wie es hier steht. Deswegen werden ihre Effekte etwas verändert. Das heißt, die Passive macht jetzt On-Hit drauf, die E macht On-Hit drauf und die Ultimate macht On-Hit-Effekte drauf. Und hat hier noch ein 15% AD-Bonus-Damage-Scaling pro Dagger. Muss man mal sehen, also was zusätzlich oben drauf kommt. Muss man mal sehen, wie das Ganze wird. Schauen wir mal, ne. Überskippen wir, weil das, ja, von den Zahlen ist es nicht wichtig, weil da ja ganz viel, ne, das ist zu viel Änderung. Ornn. Ornn kann jetzt nur noch Mythic-Items upgraden, ja. Und jedes dieser Items hat ein Tausender Gold-Value. Circa steht hier noch, circa. Müssen wir berücksichtigen. Allerdings konnte Ornn vorher zwei Items für sich upgraden. Und das geht jetzt nicht mehr, weil man ja nur einen Mythic tragen kann. Allerdings wurde dafür ein bisschen was verändert. Das heißt, er bekommt jetzt nicht nur Bonus-Armor und Magie-Resistenz, sondern auch Bonus-Helf. Hey, Ornn ist richtig cool, da wollen wir bestimmt, dass er mehr AP hat. Und er bekommt nochmal 4% Bonus-Helf, Armor und Magie-Resistenz für jedes Missing-Item, was er upgrade hat. Leute, dieser Champ, ich sag's euch, der wird jetzt schon wieder komplett broken werden. Ornn. Niemand mag Ornn, also es gibt schon Leute, die Ornn mögen, aber niemand mag gegen Ornn zu spielen. Der Champ ist, ey, Leute, das hier klingt schon, das klingt schon wieder für mich broken hier. Alles. Also, ja. Viktor verliert seinen Stab. Das sind Änderungen. Darüber müssen wir reden. Er hat einfach seinen Stab nicht mehr. Ich denke, das hat damit zu tun, dass man gesagt hat, hey, du brauchst ja einen Legendary, der Balance wegen, ja. Er will ja auch ein Mythic-Item als erstes kaufen und hätte er den Stab immer noch, dann, ja, muss er sich entscheiden, will ich jetzt den Stab upgraden, will ich das Mythic-Item kaufen. Außerdem müsste man gucken, baut man auf den voll abgegradeten Stab, ist das dann ein Legendary-Item und so weiter. Das heißt, er sammelt jetzt Hextech-Fragmente. Pro Minion ein, pro Monster ein, pro Large Monster 5 und pro Champion 25. Bei 100 Hextech-Fragmenten kann er ein Spell upgraden. Im Prinzip muss man natürlich sagen, hier kriegt er auch mehr Mana dazu, aber er hat dadurch deutlich weniger AP und deswegen wird auch nochmal der Laser-Ray hier und der Aftershock-Ratio verbessert. Ja, ich meine, der Stab war cool und einzigartig, aber war ja wirklich wichtig. Ich denke, das hier ist schon ein gutes Upgrade für Viktor. Du musst nur relativ gut farmen können, kannst dein fettes Item bauen und hast aber trotzdem die Upgrades. Das ist nett, denke ich. So, dann haben wir Brand, wird ein bisschen genervt, weil er anscheinend doch wieder zu stark war in der Mitte. Das bedeutet, die Passive macht weniger Damage, braucht jetzt nicht nur von Level 1 bis 9 Skate, sondern bis 1 bis 17, macht also ungefähr halb so viel Schaden. Und E-Conflagration hat mehr Cooldown. Amumu verliert etwas Leben, etwas Rüstung. Bei Elise macht die Q jetzt Onnit-Effekte drauf, das ist cool. Wenn man sie mit Lichbane spielt, knallt das richtig. Seraphine ist auch sehr interessant. Seraphine ist nämlich ja aktuell so Midland-Support so ein bisschen. Und sie wird quasi ein bisschen gebufft. Das heißt, erstmal wird ihre Passive angehoben, diese Notenblätter, die sie verschießen kann. Die machen jetzt ein besseres AB-Scaling. Bis 9% geht das Ganze. Ist im Early-Game etwas geringer, aber kaum notenswert. Außerdem macht High-Node jetzt mehr Schaden und mehr AB-Scaling. Das könnte echt schnell eskalieren, weil das Ganze auch oft doppelt gecastet wird und Missing-Life-Damage hat. Und der Beat-Drop auf der E wird dafür aber etwas reduziert vom Schaden. Macht aber jetzt 100% Damage an Minions, was ein cooler, krasser Buff ist definitiv. Ich wusste nicht mal, dass das da drauf ist, aber ich hatte mir schon immer gedacht, warum macht das so wenig Schaden? Ich habe immer alle Minions damit verpasst, weil es irgendwie nicht genug Schaden gemacht hat. Twitch steht auf AP getrimmt. Das heißt, seine Passive macht jetzt 3% AB-Damage. Wenn das Ganze mit 6 Stacks durchstackt, 6 Sekunden lang, macht das 108% AB-Damage. Das ist echt schon viel. Die Venom-Cask macht pro Stack 6%. Und, ne, achso, Slow-Ratio. Die Slow-Ratio ist 6%. Aber ja, ist auch cool. 6% der AP wird durch den Slow verbessert wahrscheinlich. Und die Kontamination von der E macht jetzt statt Physical-Damage Magical-Damage. Ich denke, das ist auch für Twitch-AD im Early-Game ein Buff, weil die meisten Gegner dann ja eher eine Rüstungs-Rune dabei haben und keine Magical-Sense-Rune. Allerdings, im Late-Game wäre es ein Nerf. Ja, weil du dann wahrscheinlich Armour-Penetration hättest, aber kein Magic-Pen. Vollibear macht auch ein bisschen mehr AP-Damage jetzt, beziehungsweise scaled mit AP, sagen wir es mal. Er hat jetzt ein AP-Attack-Speed-Scaling. Und seine E macht ein bisschen mehr Damage an Monstern. Das ist nett, das ist toll. Im Coming-Heal-Indikator habt ihr vielleicht schon im Aram gesehen. Das heißt, man kann jetzt sehen, hey, das hier ist der Wert an Heal, den du gleich bekommen wirst. Das ist quasi nicht hellgrün, sondern so ein bisschen dunkelgrün. So, man kann sehen, okay, ich werde gleich um 20% meiner AP geheilt. Ist es nett, das werdet ihr schon sehen. Ansonsten haben wir noch Ranked-Updates. Denn, Achtung meine Freunde, es wird keine Promotions mehr geben. Wenn ihr also Gold 1 seid, ne, machen wir es anders. Ihr seid Silber 3, ihr seid bei 90 LP, ihr gewinnt ein Game, würdet 20 Punkte bekommen, dann steigt ihr sofort auf, ihr wart Silber 3, hab ich gesagt, ne. Dann steigt ihr sofort auf, seid in Silber 2 und habt aber 10 LP. Das wird direkt mit übertragen. Ja, es gibt viele Leute, die sich immer beschwert haben, hey, scheiße. Und im Prinzip muss man sagen, es ist ein absoluter, es ist richtig gut. Weil, es gibt halt wirklich Leute, die ständig gewonnen haben, aber dann trotzdem die Promo verkackt haben. Ja, du hast 5, 6 gewonnen, kommst in die Promo, verkackst die Promo, wie man es eben kennt, ist auch ein bisschen mentale Belastung, zack, wieder raus. Jetzt müsst ihr keine Promos mehr spielen. Negativpunkt ist allerdings auch, dass ihr jetzt sofort rausdroppt. Das heißt, verliert ihr auf 0 LP ein Game, seid ihr sofort ne Division tiefer. Und man muss sagen, ich meine, immerhin dieses Promotion, ja, es ist wahrscheinlich besser ohne, bin ich ehrlich. Aber es hatte so ein besonderes Feeling, oder? Oh mein Gott, ich bin in meiner DIA Promotion, ich bin in meiner Gold Promotion. Oh mein Gott, endlich Silber 1. So, ne, das war auch was Cooles. Aber das Allerwichtigste, und that is very important to mention. Man konnte sich vorher immer seine MMR kaputt machen. Wenn du 3 Games auf 0 LP verloren hast, oder 4, manchmal war das so. Vor allem, wenn du in einer 4er Division bist, konntest du teilweise 10 Games verlieren. Danach bist du irgendwann gedroppt, und dann kriegst du nur noch 14 LP. Jetzt würden sich viele Leute wahrscheinlich fragen, hä, und warum ist das so? Leute, das erkläre ich jetzt nicht, das ist zu viel Arbeit. Naja, aber es ist gut, dadurch wird die MMR nicht mehr geschreddert. So, dann haben wir neue Skins. Das ist der Staubsauger-Lusion-Verkäufer, Battlecast-Nasus, Battlecast-Sec, Resistance, Resistance, Jace, oder Resistance, Simst und Jorik. Ja, das ist das Ganze, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich freue mich, dass ihr da seid und wart. Guckt auch gerne mal auf meinen zweiten Kanal dabei. Er steht bestimmt in der Beschreibung. Auf Wiedersehen und tschüss. Ich hab euch lieb.